Das Einphasengel Milky aus unserer Laveni-Serie ist der Allrounder für einen tollen Look mit elegantem Porzellaneffekt. Dafür sorgt die milchig-weiße Einfärbung. Es ist Grundiergel, Aufbaugel und Versiegelung in einem. Die weiche und cremige Konsistenz bewirkt den höchstmöglichen Komfort bei der Verarbeitung. Dadurch ist das Einphasengel auch bestens für eine Schablonverlängerung geeignet. Zum Abschluss dünn aufgetragen, sorgt es für einen brillanten Glanz. Das Abcleanern mit dem Laveni Glossy Cleaner verleiht Pflege und lässt die Modellage noch mehr glänzen. Das Laveni Einphasengel ist für alle Schichten deiner Modellage die richtige Wahl. Laveni – die neue Gelserie für perfekte Ergebnisse, auch in schwierigen Situationen. Pretty Nail Shop – Jedes Mal ein Päckchen Glück